Moin moin, herzlich willkommen zum Bildbesprechungssamstag. Es sind wieder wunderbare Fotos eingesandt worden und was genau und wie die aussehen, das gucken wir uns jetzt gleich gemeinsam hier in diesem Video an. Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber bei der FF Fotoschule. Das heißt, das, was du auf diesem Kanal siehst, das ist natürlich Werbung. In diesem Video bespreche ich wie jeden Samstag um 14.30 Uhr deine Fotos. Das heißt, du kannst Fotos einsenden, die dann hier in der Bildbesprechung sehr wahrscheinlich landen. Wir haben immer versucht, fast alle Fotos zu besprechen. Das gelingt nicht immer, weil es einfach viel zu viele sind. Aber wir versuchen schon einen bunten Mix von euren Einsendungen zu besprechen. Wenn du von mir oder jemandem aus meinem Team persönlich lernen möchtest, dann besuche doch super gerne unsere Webseite unter ff-fotoschule.de und wenn du noch ganz kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig deinen Resturlaub verbraten möchtest, dann schau doch mal nach unserer rote Fotoreise. Da sind wir jetzt in einer Woche und ja, da kannst du noch dabei sein, du wirst es nicht glauben. Und ich würde mich super freuen, wenn ich noch den einen oder anderen von euch dort begrüßen könnte. Jetzt würde ich vorschlagen, wir wechseln mal auf mein MacBook und dann gucken wir uns mal die Fotos für heute an. Und da geht es auch schon los mit Bild Nummer 1 für heute von dem Rupert Kuxeder. Vielen Dank, Rupert, für deine Einsendung. Schöne Strohballenfoto, so wie von dir gewohnt. Eine schön kontrastreiche Schwarz-Weiß-Umwandlung, das mag ich wirklich sehr. Wenn ich jetzt du gewesen wäre, dann hätte ich sehr wahrscheinlich diesen einen dunklen Fleck dort oben in dem weißen Wolkenband weggestempelt, weil der sieht aus wie so ein Fehler im Prinzip, obwohl das natürlich da einfach eine dunklere Stelle ist, wo wir es wahrscheinlich ein bisschen dunklere Wolke haben oder vielleicht sogar hinten auf dem blauen Himmel durchgucken können, also in einer ganz kleinen Lücke. Und durch die Kontrastüberhöhung ist das da entstanden. Das hätte ich aber auf alle Fälle weggestempelt. Sonst ein guter Standpunkt, sehr schön auch den Strohballen hier rechts am Bildrand angeschnitten. Ich finde es auch gut, dass dieser Kleine im Hintergrund und der hier im Vordergrund rechts ineinander reinwachsen, gerade eben so und sich gerade so berühren. Das sieht gut aus. Es hat eine sehr schöne Dreiecksformgebung zwischen diesen drei miteinander korrespondierenden Strohballen. Gut gemachtes Strohballenfoto. Wer sich da auch ranwagen möchte, hier auf dem Kanal gibt es ein Video dazu, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Volker Weeres hat ein Foto geschickt, was er genannt hat, teilweise Durchblick. Ja, teilweise ist er Durchblick. Das sind die typischen Glasbausteinfenster aus den 70ern. Für die, die sich fragen, wovon spricht der Mann? Ja, in den 70ern war es ganz modern, dieses als Baumaterial für Wände zu verwenden, um Licht in Räume reinzulassen. Und die sind hier teilweise eingeschmissen und eingeschlagen und deswegen können wir teilweise rausgucken. Was wir draußen sehen ist etwas, was zu den durchbrochenen Glasbausteinen durchaus passt, nämlich etwas Los Place-artiges. Das ist eine ganz gute Perspektive darauf, wobei ich sehr wahrscheinlich versucht hätte, planparallel zu dieser Glasbausteinwand zu fotografieren, sodass es dort eben eine saubere Ausrichtung gibt. Du bestehst ein bisschen schräg dazu. Das sorgt eben dafür, dass auch zum Beispiel die untere Fuge der unteren Glasbausteinreihe, die im Bild ist, ein bisschen diagonal durchs Bild läuft. Und das hätte ich mir ein bisschen gerader vorstellen können. Und ist auch nicht das allergrößte Highlight am Motiv, was ich mir so vorstellen kann, aber eben so typisch für so ein bisschen, ich sag mal, morbide Architektur aus den 70ern. Norbert Zesak hat ein Bild eingesandt, das einen Musiker zeigt, jemanden, der hier Musik macht, gleichzeitig aber seine Hand, wenn ich das richtig sehe, auf dem Flügel abgelegt hat oder sowas. Das kann ich nicht hundertprozentig zuordnen, weil in der Hand hält er ja ein ganz anderes Instrument. Ich finde das aber trotzdem ein gutes Foto, ich finde das quadratische Format schön, ich finde auch die teilweise verhandene Spiegelung auf dem Klavierlackdeckel gut und ich finde seinen Blick auch schön, melancholisch und gleichzeitig trotzdem konzentriert auf das, was er da tut. Das finde ich, hast du gut gemacht, ein ganz gutes Musikerfoto. So, Stefan Nixdorf hat ein Bild eingesandt, das den Predigtstuhl im Berchtesgadener Land zeigt. Ja, sehr schönes Bild. Stefan, auch eine schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung, ähnlich kontrastreich wie das von dem Rupert. Hier im Vordergrund, das ganze Gerödel, das gehört zwar jetzt irgendwie dazu, das ist mir schon klar, aber das hätte ich halt lieber nicht im Bild. Und hier fließt der Bach über so treppenförmige Stufen das Wehr runter, der Fluss und gleichzeitig ist eben rechts auch Parkplatz und Gastronomie und sowas jetzt wahrscheinlich. Das trägt zum Bild nicht richtig was bei, finde ich. Und das hätte man vielleicht mit einem anderen Bildwinkel lösen können, natürlich hier nicht nachträglich beseitigen, dann verfälscht man das komplette Foto. Das würde ich so auch nicht tun, aber ich finde es eben auch nicht besonders gelungen, dass man das Ganze sieht. Da hätte ich selber drauf verzichtet, in irgendeiner Art und Weise. Und ansonsten sind die weißen Wolken so ein kleines bisschen ausgebrannt und ausgefressen, aber das könntest du sicherlich im Rohr noch zurückholen. Das ist, glaube ich, absichtlich so kontrastreich belichtet und auch bearbeitet. Dann haben wir von Jochen Reitze hier ein Bild eingesandt bekommen und zwar eins, was wir so ähnlich schon mal in der Doppelfolge, die ich mit dem Titus Tamm aufgenommen habe, gesehen haben. Nämlich erneut eine startende Maschine vor den Hochhaustürmen von Las Vegas. Und da haben ja auch, da haben der Titus und ich eine Zeit lang darüber gerätselt, ob das real fotografiert ist oder der Hintergrund gerendert. Und da hat der Jochen sich ja dankenswerterweise nochmal zu Wort gewählt und gesagt, nein, nein, das ist so fotografiert, das sieht da so aus. Natürlich ist es bearbeitet, aber der Hintergrund ist natürlich aus den Hochhäusern entstanden. Und ja, vielen Dank für dein Statement damals und vor allem an alle, die gesagt haben, ja, jetzt erkennen die beiden Vögel nicht meine Fotomontage. Also das ist da so fotografiert und das gehe ich jetzt davon aus. Ich verlasse mich da auf Jochens Worte in diesem Fall auch wieder so. Und das ist einfach geil. Man muss ganz klar sagen, also dieser Hintergrund von dieser eintönigen Hochhausfassadenfront und dann die South West Airlines hier vor mit dem Abgasstrahl und noch nicht eingefahren am Fahrwerk oder gerade dabei das Fahrwerk einzufahren. Das ist ein Hammer. Also ich finde das wirklich richtig geile Fotos, weil sie eben so miniaturmäßig aussehen. Und du hast es wieder super ausgerichtet, sehr schön am Rand ausgerichtet. Vielleicht ein ganz kleines bisschen schief beziehungsweise ein bisschen verzeichnet. Man sieht es, dass das Objektiv so eine leichte kissenförmige Verzeichnung hat. Das könntest du vielleicht noch in Lightroom rausrechnen lassen. Aber so oder so wieder geiles Foto, cooler Kontrast. Schön gemacht. Auch Walter Taxa hat ein sehr schönes Foto eingesandt und zwar von so einem Wasserpilz, also sprich einer leicht aufsteigenden Wasserfontäne, die dann wieder in sich zusammenfällt. Das einzige, lieber Walter, was mir hier nicht gefällt, ist der Hintergrund und die Tatsache, dass diese Wasserskulptur direkt auf dem Übergang zwischen hell und dunkel im Hintergrund verläuft. Das ist unnötig und ich weiß auch gar nicht, was das im Hintergrund ist. Das ist auch nicht zwingend notwendig, dass ich es weiß, aber das gehört da nicht hin. Der Hintergrund hätte sehr schön einfarbig sein können oder auch sollen und dann wäre das Ganze wesentlich schöner. Meiner Meinung nach sonst einen guten Moment getroffen. Vielleicht magst du mal hier unter dem Video schreiben, wie du das Ganze gemacht hast. Sehr wahrscheinlich mit irgendeiner Art Auslöser. Und ich nehme an, das Wasser ist entstanden, indem du es eben nicht in den Tropfen das reintropfen lassen, sondern es wahrscheinlich von unten sogar irgendwie angeregt hast. So oder so, schönes Experiment und vor allem auch was, wo viele hier, die die Bildbesprechung sehen, jetzt die restlichen, ich sag mal dunklen Monate des Jahres vielleicht noch mit verbringen können. Dann haben wir Tobias Alsweh hier, der eine Kleeblüte eingesandt hat. Die finde ich schön pastellig, schöne, geringe Schärfentiefe. Ich würde dazu beinahe neigen zu sagen, ich kann nicht mehr erkennen, wo die Schärfe sitzt. So knapp ist die Schärfentiefe, das ist vielleicht nicht ganz so ideal. Es könnte ein bisschen mehr haben, aber dass der Hintergrund so schön unscharf ist und auch der Großteil der Blüte dahinter gefällt mir sehr. Es ist auch, wie gesagt, schön pastellig im Hintergrund. Die hellen Bereiche in dem hellen Grün im Hintergrund, die bräuchte ich ehrlicherweise nicht. Die hätte ich versucht zu beseitigen. Und unten unterhalb der Blüte gibt es so ein leicht angeschnittenes kleines Blatt mit so kleinen Härchen dran. Das sollte meiner Meinung nach entweder ganz drauf sein oder gar nicht. Aber Blüte insgesamt in einer guten Position, nämlich die, wo die scharfen Bereiche drauf sind, schön unten rechts auf dem Drittel. Ganz okayes Blumenfoto. Dann haben wir hier ein Bild von Udo Kröner. Und der Udo Kröner, der hat Kühlungsborn fotografiert. Und zwar zur blauen Stunde, zu einem sehr guten Zeitpunkt. Schöne Helligkeit noch im Himmel. Gleichzeitig genügend Licht hier vorne auf dem trockenen Gras, was ans Bild reinragt. Typische Dünenlandschaft an der deutschen Ostseeküste. Hinten typisches Hafenbeckenpromenade. Das ist soweit alles okay. Das ist eine sehr schöne, über eine Urlaubserinnerung hinausgehende Aufnahme, finde ich. Ich glaube, man hätte noch eine bisschen bessere Perspektive kriegen können, wenn du ein kleines bisschen weiter nach rechts gegangen wirst. Und wir würden auf dem Bootsteg, der ganz offensichtlich unten links in der Ecke rechtwinklich ums Eck geht, wenn wir den noch drauf hätten und das ein bisschen geschlossener wäre, das Hafenbecken, wäre es vielleicht noch einen Ticken schöner, aber auch so insgesamt ein wirklich ganz gut gemachtes Foto zur blauen Stunde. Schön. Tore Fiedermann hat Müllen fotografiert. Nicht zur blauen Stunde, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es auch zur blauen Stunde eine ganz tolle Stelle ist zum Fotografieren. Aber zu einem Zeitpunkt, als einfach gar kein Winter war, damit gar keine Wasserbewegung. Und das ist wirklich geil. Also das ist ein wirklich erstklassiges Beispiel für eine Spiegelung. So gehört Spiegelung fotografiert. So und nicht anders. Superschön gemacht. Gute Perspektive auch. Auch hier wäre es jetzt total toll, wenn wir einen Vordergrund hätten, der nicht in den Kirchtum reinwachsen würde, aber auf dem rechten Drittel quasi. Dort unten in den freien Bereich des gespiegelten Himmels. Dass der da reinragen würde und dafür sorgen würde, dass wir da ein bisschen Ankerpunkt kriegen. Dass wir einfach ein Träumchen für das Bild, also vielleicht durchaus mit der Kamera und dem Kamrastandpunkt noch ein bisschen tiefer gehen. Das könnte vielleicht helfen. Aber auch so muss man mal ganz klar sagen, wirklich gut gemachtes Bild. Gefällt mir sehr. Und dann haben wir hier zum Abschluss ein Foto von Peter Graf. Ich kann nicht genau sagen, das ist, glaube ich, im Europapark fotografiert. Dass ich das hier richtig den Dateinamen entnehme. Kann ich aber natürlich überhaupt nicht sagen, was das ist und wozu das gut ist. Und ob das denn Nebel ist oder ob das Wasser gischt ist. Von so einem künstlich angelegten Wasserfall und was diese Objekte hier im Vordergrund sollen. Ja, also am störendsten finde ich eigentlich diese Objekte in diesem Fall. Nicht, weil ich keinen Vordergrund mag. Ihr wisst es, das Gegenteil ist der Fall. Aber weil das eben für mich keine Aussagekraft hat. Also ich kann nicht erkennen, was es ist. Und damit hätte ich es dann im Zweifel auch nicht fotografiert, solange der Zusammenhang nicht darzustellen ist. Wenn es nicht eine Erinnerung für mich sein soll. In diesem Fall hast du es eingesandt. Dann sollte es nicht nur eine Erinnerung für dich sein, sondern auch irgendwas für uns und alle User. Und da kann ich das eben nicht erkennen. Die Struktur dieser unterschiedlichen Bälle finde ich ganz witzig. Und wie gesagt, auch hinten die Gischt. Was mir nicht so gut gefällt, ist der Anstitt von dem Fels, der vorne links ist. Und vor allem auch hinten gibt es dann oben rechts noch so helle Bereiche im Hintergrund. So ein bisschen irgendwie ellipsenförmige, die mir auch nicht so richtig gut gefallen. Das sind wahrscheinlich Blätter, wo sich irgendein Licht drauf spiegelt. Aber die lenken meinen Blick auch permanent in diese Ecke. Ja, da waren wieder schöne Fotos dabei. Ich habe es vor kurzem mal hier auf meinem Kanal als Anmerkung gepostet, als Kommentar, auf einen Kommentar. Wenn ihr wollt, dass die Fotos gelobt werden, dann schickt sie nicht mir. Hier sind sie da, damit sie, obwohl sie gut sind, kritisiert werden. Denn nur so kann man weiterkommen. Wenn ihr einen Motivations-Podcast sucht und ein Motivations-Video, dann seid ihr auf dem Kanal offengestanden falsch. Außer alle jetzt hier unter dem Video posten, sie möchten nur noch positive Dinge zu den Fotos hören. Dann mache ich euch eine Folge, wo ich auch das hinterletzte Bild schön bete. Wenn ihr das wollt, gerne kommentieren. Wenn ihr es nicht wollt, kommentiert natürlich auch. Die nächsten Folgen sende ich aus Lanzarote. Ich freue mich super, euch dort ein paar brandaktuelle Folgen produzieren zu können. Ich wünsche euch eine gute Zeit und immer schön an Denken. Wir sehen uns hier auf dem Kanal schon in Kürze wieder.